So, dann gehen wir weiter, ne? Mehr können wir ja sowieso nicht machen. Obwohl, ja ne, komm, lass mal. Passt alles. So, gucken wir schon mal ein bisschen zum Nachladen. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Aber ein Altar in Flammen. Das kann ja nichts Gutes heißen, ne? Oha. Viel Graut. Wollen wir doch ein paar Nägel. Okay. Hier geht's weiter. Oh je. Mir schwarmt nichts Gutes. So, ein großer Raum. Halt, das laufen wir ja gerade wieder. Falsch, ne? Und da sind wir doch gekommen. Oh. Oh, he gets right on. Ja. Hm. Not cool. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das kann ja heiter werden. Oh, god. Oh, nein. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das war nicht so gut. Oh, das sind noch mehr. Oh. Oh, cool. Mach was. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Ja, so ein Messer kann gut sein. Oh, was haben wir jetzt hier? Hier gehts runter? Oh shit. Nein! Nein! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh Gott! Oh shit! Okay, die sind voll. So, jetzt haben wir jetzt noch hier. Ich glaube hier läuft keiner mehr rum. Na ja, sieht gut aus. Okay. Ich glaube dann gehts hier weiter. Hier unten, ne? Okay. 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 Oh nice. Genau so will ich das. Jetzt haben wir jetzt. Kälte Bolzen. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, was machst du? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Dann machen wir es halt so. So, und jetzt? Ich glaube irgendwas ist aufgegangen. Ah! Mit zwei neuen Anwärtern. Oh, drei. Okay. Woa, nice! Das war gerade ein schöner Heller. Das war ein schöner Heller. So, weiter geht's. Nope. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt, sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren man die Welt. Oh ja. Union zu kontrollieren. Was ist denn da von der Decke? Union zu kontrollieren. Union zu kontrollieren. Union zu kontrollieren. Sicherung. Sicherung. Spritze. Flasch. Schießpulver. Ah. Gut. Dann gehen wir nochmal rein, ne? Kann ja nie genug Sachen haben. So. So. Auf jeden Fall einmal hier. Ich glaube ganz gut. So. Da haben wir immer noch nichts. Das ist ja nichts. So. Und das ist ja nichts. P.G. Immunie. Puh, die ist teuer halt, ne? P.G. Immunie. P.G. Immunie. P.G. Immunie. P.G. Immunie. P.G.: Gucken wir hier nochmal rein. P.G. Immunie. Da sparen wir noch drauf Lassen wir das jetzt einfach so Ich wünsche es, dass es hier eigentlich keine Kaffeemaschine gibt Ganz ehrlich Schon seltsam So, das kann man einfach überschreiben, das passt Dann bin ich glücklich, ne?